Willkommen zum BadSure Schnellkurs über 24 Volt Niederspannungswärmedecken. Hallo, ich bin's, Dr. Strom. Kennen Sie den Unterschied zwischen normaler Netzspannung und Niederspannung? Normale Netzspannung ist stark genug, um zu schweren oder gar tödlichen Verletzungen zu führen. 24 Volt Niederspannungsgeräte sind viel sicherer und das Risiko eines Stromschlags ist ausgeschlossen. Lassen Sie mich vorstellen, die mit 24 Volt betriebene Niederspannungswärmedecke. Machen Sie sich keine Sorgen, auch wenn Ihr Vierbeiner mal wieder etwas frech wird. In nur drei Minuten erreichen die Wärmedecke ihre persönliche Wohlfühltemperatur. Zeit, sich einen neuen Freund ins Haus zu holen. Die 24 Volt Niederspannungswärmedecke von BadSure für mehr Gemütlichkeit bei 100%iger Leistung.